Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf und heute geht es in der Steuerserie um das Thema KAP-Anlage. Also die Anlage, die wir nicht ausfüllen müssen, wie ja Kai, unser Steuerfachangestellter, schon gesagt hat. Allerdings gibt es einige Fälle, wo es durchaus Sinn macht und deswegen werden wir einige Videos auch zur KAP durchführen. Einige damit habe ich auch mit Kai zusammengedreht, die werden auch noch online kommen. Und wir werden einige Fallbeispiele durchsprechen, wann es Sinn macht, diese KAP auszufüllen, wenn man die Steuererklärung abgibt als Privatanleger. Hier allerdings nochmal von mir auch der Disclaimer, dass ich kein Steuerberater bin. Das heißt, wenn du in deinem Einzelfall 100% korrekte Angaben haben möchtest, bitte kontaktiere immer einen kompetenten Steuerberater. Okay, heute das Fallbeispiel Freistellungsauftrag. Ihr wisst ja alle, ich zeige das mal kurz als Screenshot von meinem Broker, dass ein Freistellungsauftrag an das Kreditinstitut, also euer Online-Broker gestellt werden muss, damit diese 801 Euro jährlich für euch steuerfrei bleiben. Denn ihr habt ja per Gesetz die Erlaubnis dazu, 801 Euro aus Dividenden, Zinsen und so weiter steuerfrei zu verdienen. Jetzt ist es aber so, wenn ihr keinen Freistellungsauftrag stellt bei eurem Kreditinstitut, was ihr online ganz einfach machen könnt, dann werden von euren Kapitalerträgen, beispielsweise wenn ihr Dividenden erhaltet oder wenn ihr Aktien mit Gewinn verkauft, werden die Abgeltungssteuern an das Finanzamt von eurem Broker abgeführt. Nehmen wir jetzt mal an, ihr habt im Jahr 2014 Steuergewinne bzw. Kursgewinne realisiert, habt zum Beispiel gut laufende Aktien verkauft und das müsste dann auch in eurer Steuerbescheinigung vom Broker drinstehen, wurden Steuern ans Finanzamt abgeführt. Und die könnt ihr, solltet ihr jetzt diesen Freistellungsauftrag vergessen haben, euch jetzt über eine Steuererklärung zurückholen, denn sie stehen euch zu. Und deswegen gehen wir jetzt dieses konkrete Fallbeispiel mal durch, wie es dann im Einzelnen funktioniert. Und zwar bin ich hier auf der Webseite bundesfinanzministerium.de, ich verlinke es unter dem Video. Und dort geht man auf Service-Formulare. Ja, dann kommt man hier zu diesem Formular-Vordrucke und hier kann man über das Formular-Management-System dann diese berühmt-berüchtigte Anlage KAP zusätzlich zur normalen Steuererklärung ausfüllen. Ausfüllen, Entschuldigung. Das heißt, wenn ihr also Erträge über Aktien und so weiter erzielt habt und in eurem Fall jetzt euch die zu viel gestaltenen Steuern zurückholen wollt, dann müsst ihr hier diese Anlage KAP ausfüllen. Die findet ihr hier. Anlage KAP, das ist hier Nummer 40. Einkünfte aus Kapitalvermögen. Und hier kann man jetzt direkt, wie man sieht, Sachen eingeben. Ja, Max Mustermann und so weiter. Steuernummer, die bekommt man auch direkt vom Finanzamt. Einfach, wie Kai gesagt hat, dort anrufen und die wird einem durchgegeben. Ja, welche Sachen muss ich jetzt aber konkret ausfüllen? Und da machen wir jetzt mal das einfache Pfeilbeispiel, dass du 2014 vergessen hast, den Freistellungsauftrag zu stellen. Nehmen wir mal an, du hattest insgesamt 800 Euro Zinsen bekommen, beziehungsweise Dividenden, was auch immer. Und 25% davon, also 200 Euro wurden zusätzlich zu 11 Euro Solidaritätszuschlag nicht an dich ausgezahlt. So, dann würdest du jetzt in diesem Fall in Zeile 7 hier bei Kapitalerträge, oh Vorsicht, eine Sache noch vorher. Du müsstest hier in Zeile 5, ich beantrage eine Überprüfung des Steuereinbehalts für bestimmte Kalterträge, müsstest du hier noch eine 1 eingeben. Zack. Und dann Kapitalerträge würdest du hier also 800 eingeben, weil das sind sozusagen deine Kapitalerträge. Okay, soweit ist das alles noch ganz einfach. Jetzt, ja, und das steht ja auch dann teilweise in deinen Steuerbescheinigungen, die du vom Broker erhältst. Ja, da steht ja sogar drin, in welchen Zeilen man wo was eingeben muss. Und wenn du da noch nicht sicher bist, kannst du auch hier einfach mal auf die Anleitung klicken. Anleitung KAP, da hat sozusagen das Finanzamt selber nochmal genau erklärt. Hier steht sogar nochmal drin, grundsätzlich ist die Einkommenssteuer auf Kapitalerträge durch den Steuerabzug abgewollten. Und die Abgabe der Anlage KAP entbehrlich. Ja, aber in unserem Fall wollen wir ja das Geld zurückholen und deswegen sollten wir die ausfüllen. So, dann hier 800 und jetzt, wenn du runter scrollst, siehst du, unten sind noch andere Dinge zum Ausfüllen. Und wir müssen jetzt auf die zweite Seite springen. Die haben wir hier oben, weil die Anlage KAP hat zwei Seiten, wie man hier oben erkennen kann. Und jetzt müssen wir eintragen, wie viel Steuern gezahlt wurden schon. Ja, und das steht hier in Zeile 47 bei Kapitalertragssteuer. Ja, hier kommen dann in diesem Fall diese 200 Euro rein. Und Solidaritätszuschlag wurde ja auch schon einbehalten. Das heißt, diese 11 Euro würden dann hier mit reinwandern. Ja, jetzt gehen wir dann zurück wieder auf den ersten. Und müssten jetzt noch als letzten Schritt in Zeile 12, ja, also den Sparerpauschbetrag, in Anspruch genommener Sparerpauschbetrag, der auf die in den Zeilen 7 bis 11 erklärten Kapitalerträge entfällt, ja, müssten wir hier eine 0 eingeben. Zack. Und dann, wenn wir das jetzt so einreichen, bekommen wir vom Finanzamt den Anteil zurück, der so ziemlich genau 211 Euro betragen sollte. Und ihr könnt das sozusagen deswegen ausfüllen, um eure Steuern wieder zurückzuholen, weil ihr habt ja das Recht auf Freibeträge bis zu 801 Euro. Okay, ich hoffe, das war erstmal verständlich soweit. Bitte hier nochmal dran denken, das ist, ich übernehme keine Haftung, sage ich jetzt mal. Das kann man ja sowieso nicht sagen, aber ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben hier. Also bitte im Einzelfall nochmal euren Steuerberater nachfragen, kurz anrufen oder einem Steuerfachangestellten das Ganze kurz mal schildern. Und auf eure Steuerbescheinigung vom Broker raufgucken, denn da steht eigentlich auch immer alles mit dabei. Das war es erstmal für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Steuervideo, dein Kolja Barkhorn, Aktien mit Kopf.